Hey Freunde, freut mich mega, dass ihr eingeschaltet habt und Freunde, wie ihr richtig seht, wir spielen heute zum allerersten Mal Among Us und, also ich hab schon öfter Among Us gespielt, aber es ist das allererste Video auf diesem Kanal, wo ich Among Us spiele und es startet direkt. Ich hoffe natürlich, dass wir heute im Poster werden und ein paar Crewmates umschätzeln können, aber Freunde, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, wartet mal und oh yeah, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von Among Us wollt oder auch andere Spiele, weil ich wollte ein paar andere Spiele spielen, zum Beispiel auch diese, wie heißt das Spiel, diese Horrorlehrerin, das wollte ich spielen, okay, hier ist ja ein paar andere Spiele, Poster-Mate von mir, aber wo sind die anderen Leute, vielleicht, vielleicht hier oben, oh, Freunde, umsetzen und weggehen, oh oh, okay, ich glaube, oh oh, nee, da ist der Braune, okay, mal gucken, vielleicht gehe ich einfach hier raus, oh ja, so, na gut, Freunde, mal gucken, vielleicht sollen wir den Eifers, oh, oh, noch eine Läuche und, so, reporten, Freunde, spielt ihr eigentlich noch Among Us, also, hm, ich mag das eigentlich schon ganz gerne, ich sag mal, ähm, Electrical, ja, und senden, zack, okay, ich hoffe, ich werde jetzt nicht verdächtigt oder so, hm, aber, es scheint so, als ob, hey, keiner schreibt was rein, ey, Manno, hm, dann skippe ich, glaube ich einfach, oder, warte, was haben die geschrieben, was, äh, bla 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 bla, keine Ahnung, was er da schreibt, glaube, weiß nicht, naja, ich, ähm, skippe einfach, hm, oh, warte mal, ich glaube, der, der meint weiß, oder? Ja, kann ich so gut Englisch, Freunde, das kann ich nicht lesen, Leute, Manno, egal, als Impostor müssen wir einfach nur alle umschnetzeln, oh, ja, und, Leute, wie gesagt, schreibt mal noch in die Kommentare, welche Spiele ich noch zu spielen soll, also, es gibt ja ganz, ganz viele, hm, Vorschläge von euch, zum Beispiel Rocket League, oder ich könnte auch zum Beispiel, ähm, ja, jetzt fällt mir nix ein, schreibt einfach eure Ideen in die Kommentare, und dann kann ich das Spiel gerne für euch spielen, zum Beispiel auch dieses Gang Beasts, oder wie das heißt, ich weiß nicht, hey, wann geht's hier eigentlich los, ey, oh, da hat jemand für mich gewotet, aber, glaube, Okay, niemand ist raus, ja, gut, mein Impostor-Mate lebt also, das ist gut, mal gucken, Freunde, wen wollen wir als nächstes umschnetzeln, mal gucken, warte, ich glaube, ich mache mal eine Sabotage in Electrical, so, jetzt werdet ihr sehen, Leute, mal gucken, ob ich jetzt jemand hier umschnetzeln kann, Ja, da ist lila, und, und braun, oh, oh, ich weiß nicht, war das jetzt auffällig von mir, wow, wie viele sind hier bitte, und zumachen, Oh, war das jetzt gut von mir, ich weiß nicht, warte, sollen wir Double Kill machen, oh, oh, ich weiß nicht, Freunde, was soll ich machen, ey, ich bin nicht so ein guter Strategie-Typi, aber, oh, 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 warte mal, hä, hat er den vor den Augen umgehauen, ey, Ähm, aber auf jeden Fall, weiß, warte mal, wer war denn neben hier, ich glaube, der Rote, der war neben mir, der weiß jetzt auf jeden Fall, dass sie safe können, Hey, das stimmt doch gar nicht, ich habe niemanden, nein, nein, gar nicht, nicht ich, warte mal, Pink, hey, warte mal, was, die sagen, dass ich den gekillt habe, Das stimmt doch gar nicht, Mann, oh, jetzt bin ich wenigstens Imposter geworden, und die kicken mich, nur weil, nur weil, nur weil, nur weil der Weiße das falsch gemacht hat, soll ich den verraten, Freunde, Nö, aber, aber unfair trotzdem, ey, wartet mal, wer hat für mich gesagt, der, der Rote, Mann, ey, so doof, das war so unfair, ich habe doch gar nichts gemacht, blöd, Mann, nö, ich möchte ein anderes Spiel, So, Freunde, dann gehen wir jetzt einfach in eine neue Lobby, oh, na gut, jetzt sind wir halt Crewmate, aber wir werden auf jeden Fall herausfinden, wer die Imposter sind, Leute, Oh, warte, erste Task machen, zack, okay, also wie gesagt, wenn ihr mehr von Among Us sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, Damit ich das sehe, dass euch das gefällt, und, äh, abonnieren nicht vergessen, damit ihr die Videos auch nicht verpasst, Okay, warte, hier ist die Tür zu, das Blau, okay, hm, hier ist überall die Tür zu, ey, okay, weiter geht's, oh, hier ist, warte mal, welche Farbe ist der, Braun, oh, Okay, wer ist tot, oh, Lila, hm, also wir wissen auf jeden Fall, grün ist safe, dann, äh, blau auch, also grün und blau und braun, grün, blau und braun sind safe, Das wissen wir auf jeden Fall, hm, mal gucken, was die schreiben, aber ich glaube, die schreiben gar nix, ey, vielleicht, wenn ihr wollt, dann könnt, Dann könnte ich, ja, Among Us auch mal mit euch spielen, dass wir auch zum Beispiel reden können, zum Beispiel, das wäre auch cool, oh, der Blau ist weggegangen, hm, Warte mal, self, war das, war das Selfie-Pod, okay, ich glaub den einfach mal, aber, ähm, Wenn der Weiße jetzt nichts ist, dann ist, glaube ich, der Blaue, oder? Ich weiß nicht, vielleicht werde ich nur veräppelt oder so, Hey, wer hat für mich gewartet? Hm, okay, war der Weiße jetzt? Und? Oh, der war nicht, das heißt, der Blaue ist im Poster, ich wusste es, der hier, warte mal, am besten stehe ich nicht direkt neben dem, aber, Ich laufe dem hinterher Mal gucken, Freunde Oh, oh, wenn der Blaue und der Rote ist, dann machen die jetzt bestimmt ein Doppelkill, oder? Läufe mal nicht Ja, 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 ich beobachte dich, Blaui Hä? Wenn der jetzt sagt, dass ich bin, weil ich den verfolge, bin ich rot? Ne, doch nicht Äh, rot sagt der, oder? Red Apo, red Ähm, aber, ja, rot ist okay, dann ist halt rot, so Also, wenn der Blaue ist, dann hat der mich ziemlich veräppelt und ich bin echt dumm Egal Oh, okay, der Rote fliegt jetzt raus, Freunde Mal gucken, ist er im Poster oder nicht? Und? Oh, im Poster, das heißt, der Blaue hatte recht Okay, der Blaue ist gar kein Imposter, das heißt, ich weiß, wer im Poster ist, der Gelbe 100% Freunde, weil der heißt Crewmate Aber, der ist ganz bestimmt kein Crewmate Da Hey, wo war der? Aha, ich weiß ganz genau, was du machen willst, Crewmate Aber, ich gehe nicht zu dir Oh, oh Mal gucken, vielleicht sehen wir etwas Okay Okay Brün und Blau sind zusammen Oh, live auf Kamera Ich hab's gesehen Und? Los, wir müssen zum Emergency Button Oh, 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 oh Und? Und? Drauf, Herrmann Oh, äh, boom Oh, yeah Und? Green Warte mal Äh, green Oh, äh, äh, so Ähm, ja Green Ähm, ähm Ah, wie sag ich das jetzt? Ich hab In Security Gesehen Da 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 Ich hoffe, die verstehen mich Und grün Oh Okay Ich hoffe, die verstehen mich jetzt Da Oh, doch, Maria 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 Du wirst noch sehen Ja Ähm Und drücken Hä? Nein Ich kann das gar nicht mehr drücken Oh, oh Egal Ich verfolge den Der kann jetzt gar nichts machen Ich weiß ganz genau Dass er grüne ist Ja Ganz genau Maria Du kannst gar Hey Oh, Mann, ey Meine Kuhmates Sind wirklich so dumm, ey So dumm Warum voten die denn für mich? Ich hab doch wieder gar nichts gemacht, ey Und der nächste ist tot Boah Ist Boah Die Leute für mich Die für mich gevotet haben Sind wirklich dumm Mal gucken, Freunde Jetzt bin ich auch wirklich gespannt Wer gevotet wird Und wenn Maria gewinnt Dann sind Raffaela Und Crewmate Wirklich sehr, sehr dumm Und Geht doch Die Crewmates Haben gewonnen Und ich hatte recht Victoria Na gut, Freunde Das war's auf jeden Fall Mit dem Among Us Video Wie gesagt Mein allererstes Among Us Video Auf diesem Kanal Falls ihr mehr wollt Lasst ein Like da Abonniert diesen Kanal Dann verpasst ihr auch nichts mehr Und Bis zum nächsten Mal Und Tschüss, Freunde Bis zum nächsten Mal